Was ist der Unterschied zwischen einem elektrischen und magnetischen Feld? Ein elektrisches Feld wird sowohl durch bewegte als auch durch nicht bewegte elektrische Ladungen hervorgerufen. Ein magnetisches Feld dagegen wird nur durch bewegte Ladungen erzeugt. Eine positive Ladung ist die Quelle des elektrischen Feldes. Eine negative Ladung ist die Senke des elektrischen Feldes. In der Natur können negative und positive Ladungen allein vorkommen. Es existieren also elektrische Monopole. Magnetische Monopole dagegen, soweit wir wissen, sind in der Natur nicht vorhanden. Das heißt, es gibt keinen allein vorkommenden magnetischen Nordpol oder magnetischen Südpol. Es treten stets Nordpol als Quelle und Südpol als Senke gemeinsam auf. Magnetische Feldlinien sind in sich geschlossen. Elektrische Feldlinien dagegen müssen nicht geschlossen sein, sondern können beispielsweise ins Unendliche gehen, wie die Feldlinien einer Punktladung. Eine Ladung Q in einem elektrischen Feld E erfährt eine elektrische Kraft Fe ist gleich Q mal E. Die Einheit des elektrischen Feldes ist Volt pro Meter und die Einheit des magnetischen Feldes ist Voltsekunde pro Quadratmeter oder kurz Tesla. Wenn eine elektrische Ladung in einem externen elektrischen Feld platziert wird, so wird die Ladung beschleunigt. Dadurch ändert die Ladung ihre kinetische Energie. Wenn eine elektrische Ladung dagegen in ein magnetisches Feld platziert wird, so wird die Ladung nicht beschleunigt. Die Ladung ändert ihre Energie nicht. Kurz gesagt, ein elektrisches Feld verrichtet Arbeit an der Ladung, aber ein Magnetfeld tut das nicht, sogar wenn die Ladung im Magnetfeld bewegt wird. Ein elektrisches Feld lässt sich abschirmen, zum Beispiel mit Hilfe eines Fair-Day-Käfigs. Ein magnetisches Feld lässt sich dagegen nicht abschirmen, aber zumindest ablenken.